Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir haben hier drei kleine Babys und sie freut sich tatsächlich trotzdem. Und morgen ist Liebestag und morgen werden auch die Kinder gealtert, denn, das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe es mir tatsächlich einmal in meinem Leben gemerkt. Ich bin total stolz auf mich auf jeden Fall. Ja, weil ich werde das jetzt in Zukunft machen, dass ich in meinen Kalender, in meinen Notizseiten, dass ich da immer schreibe, wann die Kinder gealtert werden müssen oder halt andere wichtige Dinge. Beim Liebestag waren wir ja auch direkt ein Kindzeugen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wer der Typ war, mit dem wir ein Kind hatten. Hatten wir schon einen Typen? Hier ist Daryl, mit dem hatten wir auf jeden Fall noch nichts. Ich glaube nicht, na, wir hatten da aber nicht niemanden. Deswegen könnte man dann ja einfach sagen, man nimmt hier Daryl. Der hat aber aktuelle Kinder zwei. Kann sein, dass das unsere Kinder sind. Aber der hat auch keinen Ehegatten oder sowas. Vielleicht gucken wir nochmal weiter. Oder wir nehmen hier Bendetto Nevarez, weil der hat gar keine Kinder. Das heißt, der könnte das auf jeden Fall sein. Also, den könnte man auf jeden Fall als Elternteil nehmen. Deswegen, denke ich, werden wir uns darauf einlassen. Moment, ein Blind Date? Also er sagt, wir kennen uns nicht, aber Bruder, wir hatten schon ein Kind zusammen. Aber ein Blind Date nehme ich. Weil dann könnte das potenziell unser nächster Baby-Daddy sein. Und das wäre auf jeden Fall gut. Also ich meine, das kann natürlich auch eine Frau sein, die er jetzt zu mir schickt. Aber ein bisschen Spaß muss sein, ne? So, wer ist das? Kellen Titus. Mit dem haben wir noch kein Kind. Wir haben aber einen Liebesbalken mit dem. Aber kein Kind. Das heißt, wir können einfach wirklich den nehmen. Ist das ein Update oder so dazugekommen? Dass man hier so Blind Dates machen kann? Weil das hatte ich noch nie. Und ich habe tausend Spielstunden in diesem Spiel, okay? So, dann kannst du ihn ja betören. Dann könnt ihr ja schon mal hier so direkt into it sein. Du scheinst dich gut zu amüsieren, Melodie. Oh ja. Wir treffen uns dann morgen einfach nochmal. Hier, erster Kuss. Nam, nam, nam. Oh Gott. Dieses Date wird immer besser. Ihr könnt ja trotzdem einen Techtel-Möchtel machen. Aber halt noch kein Kind, weil das will ich halt morgen machen. Weil dann hat die eine Verabredung und so gehabt. Dann kriegt sie da ja auch ihre Punkte und so. Ist das schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Und der schild so, ihr dürft nicht in den Busch rein. Yes! Sie hat gute Noten. Ich glaube, Dominik will auch mal ran hier. Vielen Dank für die zweite Verabredung. Bis bald. Ja, bis bald. Ist sicher auch so. Ich habe mir überlegt, wir können ja zu Folge 50 umziehen dann. Weil, das ist dann ja so voll krass besonders. Und so, deswegen. Wie wäre es denn damit so? So, ich hoffe, wir haben noch einen Kuchen. Das wäre nämlich sehr, sehr schön. Wir haben noch einen Kuchen. Cool. Oh, da können wir wieder in den Creative Sim gehen. Ich freue mich so. Alles Gute zum Geburtstag. So, und sie ist ein Genie. Und einheimisch. Oh Gott, ich will ihre Haare nicht haben. Die werde ich auf jeden Fall ändern. Wir können ja bei Max's Haaren bleiben. Damit sie die HV behält, sag ich mal. Alles klar. Mutti kümmert sich ums Kind. Und ab in den Creative Sim. Oh Gott, ich will ihre Haare nicht. Ich hole mal eben ein Schulprojekt rein, weil im Regen ist ein bisschen doof. Und dann kann sie das ja machen. Nice, sie hat es fertig. Sie hat jetzt Fähigkeit in Geschicklichkeit bekommen. Das Ding ist, kann sie jetzt hier an so Sachen rumbasteln oder so. Das zählt ja nicht. Wir könnten uns so eine Geschicklichkeitsbank holen. Hier so einen Schreinertisch. Vielleicht steht der ein bisschen ungünstig, aber ist egal. Wir wollen das jetzt ja für sie hier haben. Sie hat auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe hier auch so eine Mod aktiviert. Handwerkenmagie? Was? Auf jeden Fall habe ich hier, ja, so eine Mod drin, wo man halt dann hier verschiedene Sachen auch machen kann, die auch eigentlich nicht dafür da sind. Ich mache das jetzt. Oh mein Gott, man kann... Oh mein Gott! Okay, wie cool ist das? Wir können das ja machen einfach mal. Weil ich das voll interessant finde. Weil das müsste ja dann auch Geschicklichkeit geben. Ja. Also das macht es auf jeden Fall höher. Das finde ich super cool. Auf jeden Fall, ich habe diese Mod drin und ich finde es hier richtig gut. Ich habe bis jetzt noch nicht damit arbeiten können, aber ich habe das jetzt schon öfter bei anderen auch gesehen, dass sie diese Mod benutzen. Und ich schwöre es euch, es ist so cool, dass man halt einfach so nicht nur die offiziellen Sachen, die man handwerken kann, handwerkt. Und so, deswegen, ja, ne, der Geist schon wieder. Just go away, bitte. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, und sie macht jetzt auch einfach mal... Ist das ihr Bett gewesen? Ja, ne? Mache Haya einfach. So, ich denke, es wird jetzt Zeit, die Kiddos zu altern, weil es ist jetzt fast 5 Uhr morgens. Deswegen, es ist Freitags. Deswegen, äh, let's go. Sie ist engelsgleich. Es sind alles Mädchen gewesen, ne? Ah, die werden ja natürlich auch gleich noch umgestylt. Albon. Oh mein Gott, Baby. Du bist so süß. Oh mein Gott. Wie süß sind diese Haare, bitte? Das sind so viele Geschenke. Oh mein Gott. Und sie ist anhänglich. Na gut. Ungewolltes Geschwisterkind. Sie so, nein. Ich will keine Drillingsschwestern haben. Oder Drillingsschwestern. Keine Ahnung. Whatever. Also. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wir haben also ein Dämonenkind, I mean, meine Reaktion im Creative Sim ist, glaube ich, das einzig wahre, was ich dazu sagen kann. Die anderen beiden sind einfach nur süß geworden. Also das kann man nicht leugnen. Ich hoffe, sie schafft ihre Hausaufgaben noch rechtzeitig. Wenn nicht, dann ist das halt leider so, das wird nichts mehr. Nope, dann muss sie halt leider zur Schule gehen. Aber das ist okay. Hallo, nimm deine Hausaufgaben mit. Also wenn schon, dann schon hier, ne? Sie geht so freiwillig trainieren, denkt sich so, yo, ich brauche Abstand von meinen Kindern. Aber ich kann jetzt ja Titus einladen. Warum machst du das Haus kaputt? Was ist denn dein Problem? Hä, wo ist denn Titus? Warum heißt der Kellern? Ach, der heißt mit Nachnamen Titus. Oh. Äh, das wusste ich natürlich. Nein, warte, ich möchte eigentlich um Verabredung bitten. Aber egal, das kann ich ihm dann ja dann live fragen, Anführungszeichen. Ja, das ist kaputt. Deine Mom repariert das. Und ihr müsst eigentlich alle schlafen. Hello. Kann ich erstmal, als allererstes, würde ich ihm gerne eine Rose anbieten. Ey! Ich würde ihm gerne eine Rose anbieten, denn ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das zählt dann nämlich schon. Ja, zählt. Schön. So, wenn ich jetzt Frage um Verabredung bitten, dann würde ich aber trotzdem gerne hierbleiben. So. Dann, ähm, ja. Kontakte knüpfeln kann ich auf jeden Fall machen. Äh, erstmal türen wir ihn natürlich nochmal hier so extra. Baby macht in der Dusche. Wie wär's? Schach mit Verabredung spielen. Okay. Ich wusste halt vor Real nicht, dass das so geht. Aber es ist so dumm, dass sie da mit Kleidung reingehen, ne? Also ich meine, ich finde es schön, dass wir jetzt endlich in Duschen wieder Kinder machen können und so. Aber Stipendion, das ist ein guter Zeitpunkt dafür, oder? Äh, Schwangerschaftstest bitte. Sie ist nicht schwanger. Dann bitte nochmal. Juhu! Sie ist schwanger! Ich meine, die können ja jetzt zusammen Schachspiel mal erwägen. Ist ja nichts bei. Verspielt werden lassen. Bruder, was willst du von mir? So, wir haben jetzt auch auf höchstem Level cool. Wieso ist sie so müde? Ach, weil sie nicht wieder schlafen gelegt hat, ne? Ups. Ja, passiert. Ich finde es auch komisch, dass sie, ähm, beim Techtelmechtel in der Dusche nicht sauber werden, weil eigentlich, also es ergibt nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Odine ist back und stinkt auch. Deswegen nimmt sie auch mal, äh, nein, sie soll selber im Schaumbad baden, weil dann steigt auch ihr Spaß ein bisschen. Die Badewanne ist ganz schön ekelhaft. Darin hätte ich jetzt letztendlich dann doch nicht mehr gewartet. Ähm, ja, mach das mal und du, äh, hast immer noch keinen Spaß. Deswegen. Sie kann ja trotzdem erstmal handwerken wieder. Sie kann ja noch mehr Zauberstehen machen. Das ist einfach vielleicht ihr Ding so, weil ich mein, dieses Pentagramm hat vielleicht irgendwas zu bedeuten damit. Weißt du, so kurz vor Vollendigung hört sie einfach auf damit. Hallo? Weil sie keinen Spaß hat wahrscheinlich. Dann soll sie Runden schwimmen. So. Dann hat sie bestimmt Spaß. Danach soll sie hier wieder daran arbeiten. Wieso sind die Kiddies eigentlich immer wach, Alter? Hey, du hattest blonde Haare. Aber egal, hast du halt keine blonden Haare. Wenn du das nicht willst, die Tatsaufgaben fertig. Sehr gut. So, Level 3 Kommunikation. Das geht ja immer sehr fix. Level 3 der Fantasiefähigkeit ist auch schon dabei. So, und auch da ist Level 3. Kommunikation ist einfach immer das Easyeste. Und das finde ich sehr, sehr schön. So. Und ich würde sagen, wir beenden. Da ist ein Kind vollgekackt. Das ist schön. Da beenden wir die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und Tschüss.